Ja, guten Morgen, Ola. Ich will hier werden, proben Sie eine gute Sekunde, die in den Händen der Bibel Dinge mitzunehmen, wenn sie vielleicht eine Kräfte, eine Trost oder irgendeine Stärke sind. Ich will hier lesen einen Aufschnitt im Hebräerbrief, den 12. Kapitel von Eindbotech auf. Die Eberschrift für diesen Kapitel ist eine Ermunterung zur Glaubenstreue. Das Thema habe ich von dir so genannt, gesegnet durch Prüfungen. So habe ich das genannt, und ich lebe das, wenn wir in unserem Leben nicht denken, dann sehe ich dort viele Segnungen, wie nicht erfahren oder vielleicht zum Teil erfahren, aber bei einem gewissen Mut. Und warum ist das so? Dass wir nicht all die Segnungen erfahren können. Und vielleicht haben wir damit, dass wir die Prüfungen nicht durchgehen. Weit ihr anzimtliche Führer, heute haben wir ein irrensliches Verlangen von allen seinen Kindern. Und dort ist es dort, dass wir ein Segen sind. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Und dort will Gott immer noch von seinen Kindern haben. Heute möchte ich dort, wo immer du bist, wo immer du denkst, wo immer ein Mensch sich mit dir traf, dass du, wo ich kann, ein Segen sein. Dort, in deinem Leben, Segen sträume rüber. Und dort ist Gott ein irrenslicher Wunsch. Und werken, soß ich auch seht, kommen diese Segnungen nicht weitlich aus uns rüht. Wir sind nicht in Segen. Gott zwar will ansegnen, er hat ein Verlangen, und er hält gar nicht seine Segen trägt mit Absicht, dass er an dem nicht gähnt, oder dass er nicht jähren muss, an dem jeden. Bloß, wir sind manchmal gar nicht reu, die Segnungen zu empfangen. Also, ich habe dazu genannt, gesegnet durch Prüfungen, und ich will Proven, und ich kann dort rüht bringen, wo der Herr möchte, zu dieser Gemeinde hier. In Hebräer Kapitel 12, Vers 1 wieder, du sagst dazu, so steht, darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Verländer des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, und die Schande nicht achtete, und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermartet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, und habt den Trost vergessen, der zu euch als zu Säunen sagt, mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering, und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Eine andere Übersetzung wird sein, dem züchtigt er. Also hier habe ich so eine klare Antwort, so eine klare Bibelferschen, wo wir uns dort ganz klar sagen, und ans Motto sprechen, dort wir sagen, die Erziehung Gottes, also die Züchtigung, oder die Prüfungen, wo wir das gehen, nicht gering schätzen, sondern wir wollen durch die Prüfungen, wo Gott uns in unserem Leben checken wird, weil wir abgebügt wurden, weil wir uns verbetern. Weit ihr, die mir seht nur, das ist der, wir können nicht mehr sein, wenn der Einhema, wo der Apfel, wo er beschnitten wird, und die Bäume, die kann das, bitte, ich kann das gar nicht. Weil die Möge immer war er beschnitten. Und dann ist es eigentlich nur ein bisschen niederträchtig, dort sieht es so, die merkt den Baum, du bist kaputt. die Beste Aste, wo wir vielleicht sahen, die Beste Apfel und was, die waren da alle aufgeknipst. Und der Baum war so cool, war so, dass nicht der Hof war. Und heute, weil es heute kann, heute kriegt, worum heute das. Heute kriegt, dass das Apfelbaum, den fehlt zu beschnitten. Und wie aus dem Kind der Gottes, uns fehlt manchmal, viel, viel loszuschnitten. Viele Dinge sind in unserem Leben an, wenn du dir beschnitten fällst. Also die Beschniedung im Olden Testament hat eine sehr klare Bedeutung. Und eigentlich in der niedtestamentlichen Beschniedung, die soll in unserem Horten passieren. Weil manchmal, so dass ich auch sehe, durch die Täti, wo es in uns immer mehr ist, immer mehr ist da an, die sind gar nicht gut. Und die fehlen, du weißt das dann. Und die Bibel wird uns hier ermutigen, wenn Gott uns züchtigen wird. Und wenn ich sie beschnitten wird, dann wird uns nicht geringschätzen. Hier haben wir ein ganz besonderes Ziel. Du weißt, du weißt, weil es dort sagt hier, dem, wem der Herr läuft, den wird erziehen. Und unter der Erziehung du kannst gerade züchtigen. Mit den Eltern, wo die Erkennung vom Horten läuft haben, die wollen nicht mehr alles tauchen. Die wollen die für Dinge, wo sie hier in der Bibel dann bestufen. Und dort ist es nicht so wenigstens, weil es wie eine Freude ist. Uns geht es nicht schön. Ich glaube, aber so eine Väter, so eine Mütter, wo sie mit Freude, mit einer Ergätzung, die Kinder bestufen, die Sollen, die Nervis bestufen. Weil es dort so ein Wäude, das so ein Schmerzen. Und ich weiß, dass Gott macht, auch viel mehr, die Erziehung, oder die Bestrafung, oder die Prüfungen, drei tragen, und uns persönlich, bloß heimlich, dass wir selbst durchgebetet werden. Das ist eine kleine, mir hat ja, eine Geschichte, dass wir behindert, und dann vorhin, dann der ältere, der Papa, der ist, dass mir immer in der Mauer ein sehr strenger Exerzise zu tun. Dass mir immer das Kind abkriegen, das können selbst nicht gehen, und da ging es so schlecht. Sie will dort eigentlich und nicht mehr. Das geht also, und sie will dort bloß nicht. Und dann hat einmal, dann kommt der Mauer, der Papa, in den Ohrens hier fallen. Und dann sagt der Mauer, der Papa, läufst du mich nicht so, sagst du? Und dann sagt der Papa, ja, ich glaube, die so ist du, so ist du best. Mir ist das übertauscht, die so te looten, was wird die best. Mir ist das tauscht, die in diesem Tauscht stand, wo du die Befängst, doch te looten. Hei macht, die Fuhre, die macht, dort wird mir die Mauer, die macht, verbetert worden. Dort wird mir die Mauer, vielleicht wird Luder selbst gehen. Und ich weiß dort, wenn uns Pferden wird fehlt, oder wir sind vielleicht irgendwo, die nicht, oder verbrechen, und wir fahren dann vielleicht nur ein Traumärker, dann führst du immer, krank, du und, wo das am meisten da ist. Wir möchten immer, die Traumärker, die soll krank, und in unseren Augen spielen, als wo der Trübel ist. Aber dann, wo wir kommen, wir haben, und so da hat Gott auch in unserem Leben. Hei weit krank, wo die Aster sind, hei weit krank, wo wir nicht rechtschaffen sind. Wenn ihr ein von den normalsten Dingen in dem christlichen Leben, dort sind die Prüfungen. Dort sind die normalsten Dinge im Leben. In diesen Prüfungen, vielleicht können die sehr verschieden sein. Ich würde nun nicht sagen, dass ich alles in der Versögerung, würde ich nicht mal in den Prüfungen teilen, weil es die Bibel sagt, dass wir uns freuen sollen, wenn wir in den Prüfungen kommen. Und dann meint er, du aber nicht in den Versögerungen, sonst, dann können wir sie denken, okay, dann würde ich mal selbst in den Versögerungen kommen, damit sie prüfen. So solltet es niemals sein. Wir sollen immer dort beten, dass es unser Vater sein wird, bevor wir uns für die Versögerungen. Die Prüfungen, da können einmal gesundheitliche Probleme sein, wo ein Mensch vielleicht gesundheitlich nicht mehr durchgehen. Das kann vielleicht ein sehr schwerer Anfall sein, Schicksal. Oder das kann auch nur eine Familie sein, wo es uns einfach über die Welt geht. Oder die Prüfungen, das kann eine sehr gute Arbeit sein. Ich glaube, Gott hat diese Anliebung hier mit Segnungen geprüft und sagen, was wollen die von all den Segnungen, was wollen die davon merken. Oder das kann auch eine sehr gute Misserung sein, aber im finanziellen Gebiet können sein, dass er uns alles weich nimmt, um uns zu prüfen. Oder die Prüfungen können auch sein, dass die Menschen, vielmals ist es auch so, dass Menschen uns prüfen, die rollen uns vielleicht immer steuern am Weich, wo wir sagen, immer rollen, und uns vielleicht verwrecken, oder verküllen und so weiter. Also sehr, sehr viel verschiedene Prüfungen können dort sein. Und wenn ihr das so habt, wann wir Prüfungen durchgehen in unserem Leben. Vielmals ist das so, der Mensch wird bloß selbstmitgliedig. Der begämmert sich immer, oder er möchte immer begämmert sein von den Menschen. Er möchte dort alle Menschen, dort alle sollen, am meisten, am dollsten sein, wo ich alles durchgehen, wo sie würden immer bloß von ihren schworen Tiden reden. Also so eine Menschen aus dort, die würde eigentlich nicht sagen, dass die die Prüfungen richtig annehmen würden. Dort andere wird einem Menschen begegnet, wann hier geprüft wird, was so sehr erfährt und passiert. Dort ist dann bloß immer beschuldigt. Menschen beschuldigt. Dort mir dazu geht, weil dort ist keine Schuld. und jene Menschen haben mit mir so verfahren, die haben über mein Sonnengerät gebraucht, die haben mich hier gesagt, die haben mich hier was wahrgenommen und ich sagen, dass ich dort mit jenen habe gesagt habe, du willst sein, ich soll werden, du willst mit mir so werden. Weit ihr, wann irgendwer in Prüfungen wurde einen Menschen beschuldigen, dann wurde Josef gewachsen. Und wenn ihr Josef aus häuslich seine Bräder zu erkennen gebt, dort fängt die sehr klar in 1. Mose Kapitel 45, wo Josef sich seine Bräder zu erkennen gebt, dann dachte er so, nun würden die Bräder Angst haben, nun werde ich mich aufrechnen. Und wenn ihr Josef seht, er sagt in 1. Mose 45, Vers 5, und nun bekümmert euch nicht und grämt euch nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens Willen hat mich Gott für euch her gesandt. So kennt mal, heute sagt das ein Gäude Denk an. Gott hat mich am Dünn Leben erhoben, hat Gott mich hier im Verheer her gescheckt. Heute soll sagen, kennt mal, dass mir in Ägypten so schlacht jängt, dort so viel Schwore begehen muss, dort wie Güne schuld, so seht er euch. Und nun, nicht ihr habt mich her gesandt, sondern Gott. Gott, ich will sagen, wer immer im Stich steht, wer immer die Person ist, der wem du in dein Leben geprüft wurscht, du schau mal den Menschen beschuldigen, schau mal, wenn du dort bist, dann wurscht die Prüfung, die jetzt nicht gebetet worden, du wurscht immer wieder und immer wieder rauf kommen, sondern check das Leben an, dass Gott diese Dinge in meinem Leben dauert. Und nicht immer mit der Fräule, worum, worum, worum muss immer das begegnen, worum traf mich immer, immer mich, gerne noch, die waren gesegnet, die kriegen Flüchteten, die kriegen Sünder Grote Arten, aber echt, mich mes lingt immer alles. Wer wird diese Fräule, wenn wir an Prüfungen denken, dann werden wir die Fräule am drehen, dann werden wir immer fragen, wo dauert Gott die dauert, wo habe ich in meinem Leben noch zu betren, wo soll ich mich verändern, wo habe ich noch nicht das Ziel erregt, wo kann Gott mich noch nicht gebrochen, so als er mich gebrochen will. Diese Prüfungen, ich glaube, wir begehen den meisten begegnen, die von dir auch euch. In so eine Zeit, was wir leben, so aus Gott, der die luther jahren diese am jewon hier gesegnet habe. Meist alle, nicht alle, aber die meisten von euch sind so ein Geld auf. Die können sich irgendwo leisten, aber habe ich auch mal gedacht, wo wir uns haben . Oder habe ich auch mal gedacht, wo uns dort haben gebrochen. Nicht wo war dort noch mal, wo haben uns dort angebracht. Wenn ihr dort aus Israel in Kanaan kommen, dann bestellt Gott dort extra Säuer an Moses. Wann ihr wollen in die Stadt und dort land, dann denkt ihr an, dann wollen vielleicht alle Dinge sagen, wo ich nicht selbst gemacht habe, wo ich selbst wenig oder nichts für getan habe. Wir fangen dort im 5. Mose-Gapitel saß, ich würde mal lesen, Versetien, 5. Mose-Gapitel saß, Versetien, du sagst, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, dass er deinen Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, zugeschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Eilbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du isst und satt bist, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Also ein Prediger seht mal zu mir, dort wird ein Christ in seinem Leben das schwanzte Verdriebe, dort wird eine ganze Rehe von Gäuden Jahren. Ich wundere, ob du das Verdriebe hast. Die ganze Rehe von Gäuden Jahren wird wir hier beleben. Wo hat uns das angeführt? Wenn die andere Generation wird wiedergehen, und wenn man bloß so ein Schreib wiedergehen, wird die letzte Generation erst wieder gegangen. Wo wird uns dort anführen? Wo wird die geftet von uns christlichen Volk? Wo wird Gott sie nun bleiben? Wo wird der Amt Gebung von diesen Menschen sein? Wollen sie nur noch glauben sein? Wollen Jesus wird dreck kommen ab dieser Ehe, wird gläub je, wird nach Glauben fängen. Er gewählt uns erst maglich, dort wir nicht schwere Tiden begegnen, aber dank wir an den himmlischen Fuhrer, du sei genug fair. Wollen ihr über Verfolgung kommen die beste Leute wird gesagt, über die schwanz der Tiden viele von der Leute wollen wie von dir sind nach für sind in Körg singen, der hat man oder früh gedichtet, wollen angeher so schwere Tiden durch gehen. Du wen habe dich von dir? Dort sind Leute wollen in schwierige Tiden gekommen sind, top gestalt sind. In die schwanz Tiden, in die Verfolgung Tiden kommen die beste Zeugnisse. Du kommen die schöne Bäcker über die wir lesen. Du kommen die teubste Erfahrungen die Menschen erlebt haben mit Gott. Du kommen die barst rekord er und du komm die te frede Menschen. Wo fährt hier wir dort von dir dort andankbarkeit und te freden hat wie uns über deil kämpf bloß du wen willst act nicht so gut aus jana. Bloß du wen willst mind mess längst. Mind geschaft, mind akkari, mind wirtschaft bremert es. Was du auch ein von der andankbore wird dir in die schwanz der Tiden kommen die geratste Wunder Gottes. Und so alle Züchtigung wenn du es sollst hier im Hebräer 12 sagen in Hebräer Kapitel 12 du sagst wenn ihr die Erziehung ertracht dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen denn wo es ein Sohn den der Vater nicht erzieht wenn euch aber die Erziehung fehlt die alle andere bekommen haben dann seid ihr Bastarde und keine Söhne das Wort Bastarde meint büteräuerliche King King Gott hat seine King erzieht aber wir haben eine Bibel versuch den fing wir in 1. Korinther Kapitel 12 glaube ich erst dort wo ich sage dass heute nicht taul ein Wort an es immer an zu prüfen 1. Korinther Kapitel 10 Vers auf du sagst das alles aber wieder für jenen als Beispiel es ist aber unsere Wahrung geschrieben für die das Ende der Welt gekommen ist darum wer meint dass er steht der sehe zu dass er nicht fällt und dann hier in den 3. du sagst es hat euch noch keine Versuchung betroffen als nur menschliche und hier sagt Gott es trü der nicht zulassen wird dass ihr über euer Vermeid versucht werdet sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird dass ihr es ertragen könnt und ihr könnt rein kragen wie du bist er schaut die durch und durch er weiß was die ablehnen kann was die was verdrehen wo die was verbeter worden und er weiß auch wie viel er die ablehnen kann dass die was verbeter worden dass die was auf fallen weg und vereuert worden und Gott will nicht wenn Gott leicht an China los ab in haupte nicht drehen hoi leicht ans auch nicht eine los ab seht mal jemand am ans an sin rein te breng sondern hoi leicht dem mensch eine los ab am am ab ab be knoien te breng dort ist Gott sin plan hoi will durch dort wot he in ans leben taug kommen lad will he uns verbetern he will han we san betere menschen worden he will ans betere brocken können für sin rick in so se gelt die prüfung und ihr stärker gunt es damit einmal dann seht einer dort nu es dem mensch viel betere verbereit viel mehr gescheckt für den rick gottes nu kann viel betere andere menschen verstehen vielleicht wird in so ne sind nu ist nicht mehr so angebildet nu ist viel klander geworden nu ist Christus in seinem Leben viel mehr geworden in Heusels es viel weniger geworden naja ex erisch all wie kann von der ähnlich von verfolgung reden wie kann gleich von verfolgung reden aber warum kann wir nicht von verfolgung reden warum hast du nicht eine verfolgung es sagt du wehen willst wie dort so tun so 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 tun den wo meine du man dort nass von den so tun da sind all die menschen wollen heute unja sin kleben haf wollen ho unja sin rick haf en ho mocht nicht do tjinnah gottes am kum en sin nas pekren so so flach moll an moll nadren en sol flach moll ein steun im wuter schmied da man einmal would j sein oh nu j wuter na wal j ich schmied wuter so 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 glöd ho sich schmack leucht ober nu schmid moll den steun an so konnet ook in unserem Leben des er her erf on bedient Denn wir würden einmal dort nass umperken. Damit einmal würden wir sagen, oh, hier ist doch Verfolgung. Aber wir blieben bloß durch, wir sind so eine ruhige, so eine zufriedene Menschen. So sind unsere Verfahren in Russland mal aus der Dummel gekommen. Dann haben sie die Regierung dort versprochen, wir waren bloß durchgeblieben. Wir wollen nicht evangelisieren, wir wollen den Fall doch luten. Wir wollen bloß proben, unsere Gemeinde im Brennen zu holen. Und weißt ja, eine Gemeinde, wo es nicht rück geht. Eine Gemeinde wird nicht missioniert. Dort ist morgen ein Missionsfeld. Morgen muss sich an so eine Gemeinde von Nieren weg kommen, an dort die Gemeinde Konwara abgebucht werden. Weißt ja, ein von den Dingen, wo eine Schwere Tät mit sich bringt, dort ist sehr, sehr wichtig. Und dort ist dort Christen verbunden worden. Ammermeier verbunden. Und Ammermeier verbunden. Lest mal Geschichten. Dort bloß mal Israel. Darf ich euch irgendwo lesen, weil lest bloß mal Israel ihre Geschichte. Wo er immer Israel viel verbunden hat, wo er ein Angreifen hat. Was ist Israel? Sie werden ein Mann, sagt er. Der ganze Herr wird so ein Mann, einig. Sie werden sich einig, sie stünden sich taub. Sie halten einer den anderen. Aber dann hier die Konf von Böden ab. Wo stünden dann die Konf ab? Die stünden in dem Meer ab. Und ich habe von dir den Eindruck, worum gibt es so sehr viele verschiedene Herden. Ich weiß nicht, ich tut das Fläche übertreiben. Ich hoffe, dass es so ist. Aber ich habe Luther Tiet bei uns den Eindruck gehört, wenn du mir einmal eine Bibelfahrt und ein bisschen anders verstehst, was ich, dann machst du die Tränen von mir. Und ich habe gesagt, okay, ich verstehe diesen Bibelfahrt und ein bisschen anders. Und dann kann ich nicht mit diesen Top schaffen, dann kann ich nicht mit diesen Top Gemeinde bieten. Und dann muss ich mich eine frische Herde abstellen. Und dann ist du einer, der versteht, noch einen anderen Bibelfahrt, noch ein bisschen anders. Und dann muss ich mich noch eine Herde abstellen. Ich will den Freunden. Wo soll ich von dir und den gläubigen Menschen einig sein? Als du noch sehr viel von einig sein sollst, in Christen wurden dich schwere Tieten verbunden. Wenn sich dort mal einmal wirklich prüfen will, Ich bin mir überzeugt, wenn wir Mennoniten, wenn wir einmal von morgen an, wir in unseren Glauben ab ihres geprüft wurden, du würdest an uns gestanden ankommen, nun würdest du entweder glauben auf sein oder Gefängnis oder sterben. Ein von den Dingen, wenn wir einmal äcklen, wie wir uns gestanden haben, weil viele Menschen dann nicht mehr zu den Gläubigen gehören. Oba ästet, seh wir diese Segnungen üben Stichegon? Wie können diesen Sehen von der Verbungenheit nicht erfordern? Willst du nicht Prüfungen von Böden sein? Naja, soll wir Gott mal beten, für Prüfungen? Soll wir einmal sein, seh wir rei, das Herzmull, der ihm viel schickt? Aber zu sein, wo acht, das Gold ist? Weit ihr dort vier? Das bewiesst immer. Je heute das vier ist, je mehr Schwinschicht wird in den Gold rückgebrennt, und je beter bewiesst dort, wo achtet Gold ist. Ein anderer Sehen, wo er eine schwere Tide mit sich bringt, dort ist das an das Glauben deutlicher und deutlicher gegründet worden. Dort sagt immer ein Mensch, wer durch sechs schwere Tiden gegangen ist, beobachtet mal, der hat sehr, sehr dein Bewerbchen geschlagen. Das kann auch sein, und ein natürliches Bild, wenn du über den Baum abwollst, wo zwei Mal jählen stand, und hab, wo scheinbar im Sturm steht, der hat durch Warteln. Oder der hat bis von einer Richtung einmal den Sturm, dann merkt er sich bis von der Richtung die Warteln reiht. Also dort können andere Sehen sehen, dort wie Däupen und Däupen in unsere Gehen wird Gott segnen. Oder dort wird dabei gegründet worden. Weit ihr in der dritte Grund von ein Sehen, wo wir erlangen, beleben und durch dem Gott ans prüft, dort erst dort wie Segen Gott seine gehen wird. Wenn Gott ans mehr einmal alles weichnimmt, dann sehe ich, wie Gottes gehen wird. und Petrus muss von Gott prüft. Und dort sich dort man hat, aus Russland gewandert wird, sie hat den Mond verloren, und sie hat, ich weiß nicht, wie viele Kinder, aber es wird eine adliche Kinder, die sie hat, sie hat nichts. Sie hat knapp Kleider für die Kinder am Lief. Und dann wandert sie aus, und ich glaube, dass sie sogar hier in Südamerika ist. Die Früh wissen nicht, von wo sie sich nähren soll, die Früh wissen nicht, wie es morgen wieder gehen soll, sie wissen nicht, wie es von dir wieder gehen soll, aber sie ist sicher, verleiht sich ab Gott. In Luther, als sie dann erst angekommen wird, in Jahren vergehen wird, und sie war, dass normale Leben leben können, dass er dort kostet neun und alles fehlt, dann sagt sie, sie hat scheinbar, Gott sie nicht gehen wird, da lege fällt, als dann, wenn sie im ganz tiefsten Tod gehen wird. Du fehlst euch dort, du wirst sie dort, ich sie ganz, ganz aufhängig von Gott. Ganz aufhängig. Wenn Gott nicht mit mir ist, ich würde es nicht kennen. Ich sehe dir schon an die Gedanken, ich will ja noch einmal betonen, wenn von dir wurden, wörtlich schwore Tiden, ab Kinga Gottes angekommen, dann würde wir die Segnungen beleben, dort sich die falsche, von den wörtlichen Christen würden trauen. von dir, ich habe das oben gesagt, wer nennt sich von dir nicht Christen? Vielleicht soll ich dir einfach mal diese Frau stellen, weißt du von einer Person, wer sich nicht als Christen bekannt, dort vielleicht fehlte die riesige Frage, aber du möchtest, wie ich dir sage, wird kein von dir alles unter dem Namen Christen. Wird kein Mensch alles tun, und dann immer noch sich mit dem Namen Christen beruht. wenn drei Menschen dort mal würden sein, von morgen wieder bedient dort sterben oder den Glauben aufsagen, wird Gläufe. Ich wundere, ich wundere, wo viele Menschen in diesen Rühm würden kommen, wenn sie dort wissen, wer sich morgen in dieser Versammlung trafen, den kann dort gerecht mitnehmen. Wie weit nicht aus dem Gefängnis nennen oder anbringen. Wer würde sich hier danach empfangen? Viele würden sagen, nein, das war eigentlich nicht. Also von der bekannt sich so fehlt aus Christen. Heute Erklärung noch ein Ding, was wir würden beleben, wenn wir wirklich Prüfungen bestimmen können, dort wird sein, den so tun das schon mehr. Dort können nicht alles können, was er will. Vielleicht denke dann an Hiab. Wird Hiab wird wie ein gerechter Mond. In der Souten seht Gott, der ist du gerecht, willst die beste Gürtel dienen. Die Gürtel sind all die guten Dinge. Übernimm den einmal dort weit, der wird im Glück im Gesicht auf sein. Und dann leid Gott dorthau. Hiab wisst nicht, was von kommt, von Gespräch Satan mit Gott gehört hat. Er wisst nicht. Aber dann leid Gott dorthau in der Souten der Gürtel hier ab. Ab so einen Ort an, wo ich mir ganz nah sehen, habe uns noch niemals angegriffen. Wird er hier ab? Er sieht Gott nicht auf. Er sieht alle Gürtel dort nehmen wir alle an. So wie das schlecht nicht auch an nehmen. Und Luther sieht hier die Teufel hat den ödischen wach genommen und den sind tscherper als nichts geworden. Tast den einmal am tscherper an. Der wird im Gesicht auf sein. Gott läutet nach Motto. Ähnlich der Gott mit dieser Prüfung würde den Mond schenken den Satan zu schauen mehr. Wof gelingt dem Satan dort wie die erste Gelegenheit mich zum Sünden zu verleten. Wie die erste Gelegenheit Gott kann nicht wissen wer seine Kinder sind. Willst die Kinder so leicht im Regen drehen willst die so leicht reut sind um sich verleten zu lassen. Das andere wird wir sagen das ist das Geld wird gereinigt. An Glauben wird ein Erster Petrus mit Gold beteignet. Und wenn Gold geht dort erst prüfen und reinigen. In 1. Petrus Kapitel 1 Vers Saas will ich lesen. Darüber freut ihr euch die ihr jetzt für kurze Zeit wenn es sein muss in verschiedenen Anfechtungen traurig seid damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche Gold das durchs Feuer bewährt wird zu Lob und Preis und Ehre wenn Jesus Christus offenbart wird. Also ans glauben die wurde die vier Pro gestalt. Wo do jeder Männer wenn die gingen vor dich köpt und die wollen dort vor dich proben wo do ihr dort ab ganz gläuter Asphalt natjes vor und sagen wo gläuter sich dort fort oder wo do wieder oder wie wollen mal ein Isar proben wo dort ist post wir dann seien ab wo wir mit Isar fahren wie dann dort so ho es geht so seien es geht nach Kiel sein aus dort ho das Isar ist in den vort ich do wo so wie proben der schlagste we in holen dort wo dort ihr schäht im schocken zu merken dort muss geprüft wird muss sein aus dort die Prüfung bestellen wird so do wie dort prüfen und Gott hat seine Kinder auch so prüfen und ich sehe das ist Gott hat kein Mohl im Ziel wenn seine Kinder die schwere Tiden schicken dort die am selben auf sein dort die selben verbattert worden oder nicht selben verbattert sondern heute werden uns immer mehr und nützliche Dinge verbattert wo wir uns können ab dem Lebensweg ein großer Serien sein durch die Tid noch ein anderes Ding werde ich unbedingt betonen wurde es eine Prüfung oder auch eine Verfolgung sehr wichtig dort erst an das Evangelium wieder zu bringen als die erste Gemeinde in Jerusalem lebt Schien Bohr läuft dort bloß in Jerusalem aber damit einmal dann lebt dort eine große Verfolgung in Jerusalem abstehen wo das wäre nicht möglich aber was passiert was bewegt die große Verfolgung dann gingen die Jünger alle verschiedene Rechnungen in den Evangelium verteilt der Apostel Paulus sagt wenn wir an sein Leben denken heute hat sehr viel Verfolgung gelebt und heute sagt von seiner Verfolgung wenn heute die Schwore hat das sei klar was dort bewegt hat was du dabei gedreht hat wie diese Schwore Tät das sagt in Philippa Kapitel 1 Vers 12 du sagst zu der Gemeinde in Philippi ich will euch aber wissen lassen Brüder dass meine Umstände wo werden seine Umstände die Umstände werden dort im Gefängnis dort von einem Städten oder anderen von einem gerecht ist oder andere von einem verhebt oder andere immer geschlagen seine Umstände haben und die Tobi zu Förderung des Evangeliums so geht heute noch Gott hat mich dort du wehen abgeleicht wie das Evangelium dann wieder bringen dann sagt in dem im ganzen Gerichts Gebäude und bei allen anderen bekannt geworden ist dass ich wegen Christus gefesselt bin wenn die dort beobachten du wo Paulus einmal im Verheer genommen wird heute hat immer jede Gelegenheit ein Zeugnis gegeben im Reichshus manche Jüden im Gefängnis wenn er im Gefängnis wird dann Sunker und dann hier die Menschen die besitzt werden die Hirten dort hier singen Männer und die Geschichte die Kerkermäste die alle Mäste die diese Mäne mit blauer Gehre im Gefängnis die singen die bekleiden die grünsten die beschuldigen sie singen und dann sagt der Kerkermäste mit seiner ganzen Familie wurde sehr gläubig Leute sich taufen das wird die Bibel sagt Paulus dort seine Anstände haben du zu bedracht und die die meisten Brüder im Herrn durch meine Fesseln Zuversicht gewonnen haben und umso kühner geworden sind das Wort ohne Scheu zu reden also die Brüder wenn das mit reden die Maut die Verlangen eine Überzeugung eine Kraft mit Faulmacht und Angst das Wut wieder sein ich will noch das letzte sagen wenn ich aufschlicken Wut sind Prüfungen Gott ich verfehle nicht sagen wo ich sagen wohl ob das du wein okay die Prüfungen in unserem Leben die wagen in uns die schwore tieten mehr in die gehen wo Gottes zu sein mehr eine Sehnsucht in Himmel wenn wir hier so gau haben diese Ehe uns fehlt das nicht wir haben das Leben so voll ab wir können uns dort hier so fern aus ein Mensch sich das dem uns utdenken kann anrechten China verfolgt uns dort geht alles so schön wer hat da noch eine weltliche Sehnsucht im Himmel ein Bange im Himmel ein Bange mal dort zu sein wo Gott ist wo Jesus ist wo die Erwählte sind wo die Engel sind wo das schein ist wo bliff diese Sehnsucht ich will in Himmel sein hoff diese gute Tid und frie von Prüfungen mehr krach frie von Verfolgungen frie von schwore Tiden hoff uns dir nur an Gott gebrocht oder hoff uns wieder auch von Gott gebrocht fern uns du an Prüf wenn uns dort schein geht wenn Gott uns sehnt dann wer Gott dir geben dann wer wir ihm verdanken wer wir schein wohl am bütt im U holl wer am 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 im gedach nis holl von am reden und das ist ein sehr feiner Ding, ob er werfen kann, er hat mitgebracht, was er herrige Dünn hat, an dem die gute Taten, wo wir uns hier gehen können, wo wir hier leben können, dort uns nicht bis vor immer wieder und immer wieder in der Gottesferne leiden, sondern wir wurden nur an der Amt gebraucht worden. Und wenn Gott vielleicht mit ihm so sieht, okay, die Person, die es reiht, das er immer war, prüfen. Dann werfen wir uns unter der Allmache Hand Gottes nun erstellen. Und um das übergeben, du weißt, wo ich noch die anderen habe, du weißt, wo eine Aster an mich noch losfällt, du weißt noch gerade, wo in mich noch irgendwo stärken wird, vielleicht Anreinheit, wo du noch reinigen fehlt. Und wenn wir die schwere Prüfungen durchgehen, das ist dann auch immer so, dort wie eine Ammer sei, wo bei mir steht es so, dort wie du, der ich gebetet wurde, dort wie du, der ich nur an den Gott kommen soll. Wie es dort haben wir immer in der Geschichte, in den Zeugnissen gehört, die Menschen zurückgebracht haben. Du wurdest im schwanzig, wo sie das wenigste Licht haben für den Menschen da, wo sie nicht wissen, wo er oder soll. Du hast sie die geratste Aufhängigkeit von Gott gefüllt, und auch die geratste Führung von Gott gefüllt. Das muss dort in unserem Leben auch passieren. Das muss auch, dort wo Gott tolllaat in unserem Leben, immer, immer mit dem Ziel leben, wo tolllaat Gott mit dem in mein Leben toll. Vielleicht ist es auch dein Nober, dein Bauste Freund, oder ein tollvertreter Bruder, wenn du das nicht mehr toll getroffen hast, dass er dir das wird andern. Weil wir immer Gott freuen, wo tolllaatst du dir das toll, wo kann ich mich verbetern, ich sie ruhig mich verbetern, wo immer ich noch zu beten habe, ich möchte ein Segen sein, so dass Gott der Abraham seht, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen für den anderen sein. Wenn wir noch tun, dann will ich noch beten mit dir zu. Uns himmlische Führer, wir danken dir für die Allmacher, allsehender und allwissender Gott bist. Wir danken dir, du, du, Jesus Christus, hier, ab dieser Ehe, nicht hast ans Schicksal überloten, sondern du hast ans hier gesagt, du hast dir am uns raufgeloten, am uns holen, ab dieser Ehe, und bist viel, viel Wehrgegungen, wollen nicht leicht werden. Herr, du hast all die Lieden, all die Schmerzen, all die Sünden abgenommen, und bist du mit einem Kreuzgegungen. Und dort allein du weinst, willst wir sagen, geraten worden. dass wir die Gelegenheit haben, deine Kinder zu werden. Herr, ich bitte auch, dass du, auch diese Gemeinde hier, in diesem Ort, nochmal segnen. Auch durch diesen Tag, dass du uns bist, und dass wir würden, ein größer Segen für unsere Menschen sein. Amen. Amen. Amen.